Dann nehme ich den gelben Wecker, den nenne ich auch den Operator Alarm Clock oder die Yellow Alarm Clock und da stelle ich jetzt zunächst die Würstel Time ein. Nach Ablauf der Würstel Time läutet der gelbe Wecker und kündigt mir so the second countdown position of my soup an, die Würstel Position oder englisch the sausage position.